Am Start von links nach rechts ist unser Jet-Oldtimer, die Fuga Magista. Und beim Abflug sehen wir schon das Besondere an der Fuga Magista, das Heckleitwerk, ganz besonderes Design, ein sogenanntes Schmetterlingsleitwerk, das Lieblingswort meines englischen Kommentatorenkollegen hier. Also, die Magista, ein zweistrahliges französisches Schulflugzeug in ganz Metallfertigung. Und dieses Leitwerk hat 110 Grad, ein V-Leitwerk, und das ist wirklich das Besondere an diesem Flugzeug. Absolut, wie Sie sehen können Sie, das Hauptplan auf dieser Flugzeuge ist auf 110 Grad, um beide die Effekte des Rudder und des Elevator in zwei Flächen, statt in drei. So, es ist ein bisschen mehr effizient. Und, as Bernd sagt, Schmetterlingsleitwerk, Butterflytail. Die Fuga wurde, hatte ihren Erstflug 1952, wurde in der Bundeswehr 1958 in Dienst gestellt. Von dieser Maschine wurden 250 Stück an die Luftwaffe ausgeliefert und 15 an die deutsche Marine. First flew in 1952 und entered service with a Bundeswehr, with a Luftwaffe in 1958. 250 serving with a Luftwaffe as basic and advanced trainers, and 15 with a Marine. Very interesting design. 10.06 meters long, with a height of 2.8 meters. But it's those long wings, it's almost like a glider, 12.15 meters long. Und die beiden Turbomecker Mabore Jet-Triebwerke, die jeweils 3,97 Kilonewton Schub liefern, also ungefähr 3,500 PS. Damit erreicht die Fuga Magister eine Flughöhe von 12.200 Metern, also 40.000 Fuß, und eine Höchstgeschwindigkeit von 715 kmh. A pair of Turbomecker Mabore Jet-Engines producing 3,97 Kilonewton, and around about 3,500 horsepower. Give the aircraft a maximum speed of 715 kmh. With a maximum altitude of 40.000 feet or 12.200 meters. Insgesamt wurden über 900 Fuga Magister hergestellt, davon 576 in Frankreich. Und die Magister waren in 17 Staaten im Einsatz, darunter Frankreich, natürlich, wie gesagt, Deutschland, Kamerun, Belgien, Brasilien, Finnland, Israel, Irland, Marokko, Österreich und viele andere. Over 900 Magisters were built, 576 of them serving, of course, in Frankreich, with the Armée de l'Aire. Magister also served in 17 other countries, obviously France and Germany, but including Cameroon, Belgium, Brazil, Finland, Israel, Ireland, Morocco and Austria. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja.